Willkommen zurück, liebe Freunde der bleihaltigen Unterhaltung bei Bulletstorm, wo wir uns immer noch mit diesen Snipern da vorne auseinandersetzen dürfen, die uns das letzte Mal ganz schön, ja, hingerichtet haben. Aber diesmal werde ich versuchen, die Betonung nicht auf versuchen, wirklich die Deckungen zu nutzen, weil, ja, ich weiß nicht, das habe ich schon öfter gesagt, aber ich glaube, hier ist es wirklich gut, nenne ich. So. Ich glaube, einer müsste noch sein, oder? Ja, ja. Na, wo ist er denn? Hinten. Ich denke, ich schau. Brauche ich ihn? Nein. Verdammt. Den holen wir uns jetzt. Äh. Danke, Ischi. Wieso verloren? Ich war doch... Ich bin jetzt da, aber. Schlaf schön, süßer. Ja. Ich kriecher will. Ich kriege ihn. Ich kriege ihn. Alles klar. Wir müssen hier raus. Komm ich hier. Okay, ich werde mal die Waffe wechseln. Habe ich die Schrotflinte? Ne, ich werde mir ganz kurz die Schrotflinte holen, weil ich stehe auf das Teil. Schrotflinte. Und wir erhöhen natürlich die Kapazität. Und kaufen Munition. So, können wir uns sonst noch was leisten? Hier noch ein paar Ladungen. So. Schrotflinte, wo bist du? Da. Vorbeigerutscht. Genau. Ja. Wo ist der Leep? Das war's. Suchen wir eine Versorgungskapsel. Da ist einer. Und wir füllen wieder Munition auf. Wollten wir eigentlich auf irgendwas sparen? Ich kann mich grad nicht erinnern. Na gut, die Schrotflinte wollten wir weiter upgrade, aber ja. Das hilft uns die beste Waffe, wenn uns die Munition fehlt. Reilig. Das war's. Das war's. Wie vorbeigeschwebt ist. So, ich werd mal ein bisschen mit der Diva verbinden. Ja, die sind ja auch ziemlich sympathisch. Ja, Kleine, ich bin sympathisch. Okay. Jetzt, steh. Das war's. Das war's. Der. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich glaube, das war's. Kiefer. Nee, ich lass die in Ruhe. Erzählt euren Freunden von mir. Ich hoffe, die kleine hält durch. Ich meine, was tun wir, wenn sie ins Gras beißt? Sie denn tun werden? Wir sterben, Grey. Sie ist unsere einzige Verbindung zu Seraino und unsere einzige Hoffnung auf Rettung. Ah, schon verstanden. So, wir werden uns wieder... Hier haben wir, ich glaube, genug Schuss. Auch hier haben wir genug Munition. Ladungen kann man immer brauchen. Hallo Final Echo, hier ist die Befehlshabende. Ich werde überrannt. Für Evakuierung zu Serainos Position vorrücken. Keine Rettungsversuche. Zahl der Gegner geht in die Hunderte. Gott, sie kommen zurück. Ich erwarte eine hübsche Trauerfeier. Verdammt. Na los, wir müssen weiter. Oh, Gott. Stimmt, das hat mich früher auch vergessen zu machen. Ja, fliegt ganz gut. Ähm, wo kommen die Räste? Ähm, wo kommen die Räste? Nennt sich Blutwurst. Hey Ischi, guck mal. Geschirrspüler. Verwandte von dir. Und wir sind im nächsten Kapitel. Was für eine Scheiße. Leer, der Signalraff hat. Sie ist hier. Aufstorben. Hinterhalt. Wir sind mitten reingerannt. Wenn du um dich kämpfst, kommen wir vielleicht wieder raus. Ja. Oh, der Ohm, okay. Okay. Ja, wenn ich hier gleich zwei Schuss mache, dann kriege ich die Mission aus. Den Schuss. Dann muss es kurz kassiert sein. Aber das machen wir hin. So, wo haben wir wieder? Uah. In Deckung bleiben und uns ein bisschen erholen. Schuss aufladen und... Das ist jetzt halt für die Sputflänke, nachdem wir jetzt da unten sind. Ach, hier geht's durch. Okay. Suchen wir uns einen richtigen Kampf. Das ist bereit. Oh, nein. Ich schaue ihn! All, endlich! Geht doch! ich brauche auf jeden fall neue munition gleich komplett auffüllen und hier ein paar ladungen wieder so wie es weitergeht sehen wir dann in der nächsten folge macht es gut